Der Löwenherz Friedenspreis 2021 wird vergeben. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gruß schicken kann aus Thüringen. Denn als wir Klaus-Peter Reisch den Löwenherz Friedenspreis in Weimar überreicht haben, wurde er geehrt als Kapitän, der auf dem Mittelmeer unterwegs ist, Menschen zu retten. Heute ehren sie Personen, die mit Hilfe auch des Instruments des Kirchenasyls Menschen geholfen haben, die bei uns leben. Ein nicht unkomplizierter Vorgang und einer, der nicht frei ist von Friktionen. Deswegen sage ich danke denen, die sich aufmachen, sehr konkret Menschen zu helfen. Meine eigene Kirchengemeinde hier in Erfurt hat einmal das längste Kirchenasyl erfolgreich bestanden mit der Familie, die heute noch bei uns lebt. Es war für Thüringer Verhältnisse das längste Asyl. Und daraus entstanden ist die Härtefallkommission, die bis heute in Thüringen ihre Arbeit macht. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Äbtissin Mechthild Thürmer und die Pfarrersfamilie Susanne Wittmann schlechtweg und Andreas schlechtweg, wenn diese heute geehrt werden, ist mir das eine große Ehre und eine Freude. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Arbeit und auch Glückwunsch denen, die entschieden haben, dass ihnen der Friedenspreis zugesprochen werden darf. Und ich wünsche Ihnen viel Kraft, Gottes Segen und lassen Sie uns unterhaken. Diese Gesellschaft braucht Mut, dass wir keinen alleine lassen. Und wir brauchen Hinschauer und nicht Wegseher. In diesem Sinne herzlichen Dank. Alles Gute und uns allen ein Weiter-so. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Haken wir uns unter. Seien wir solidarisch. Helfen wir Menschen.